Oh Gott. So, hallo liebe Abonnenten und Abonnentinnen der Meso Mange. Ich grüße euch, beziehungsweise Waifus und Hasbettos. Ähm, hier geht's weiter hier oben und da muss ich schon einen langen Arm machen diesmal. Äh, mein Arm. Heute, heute geht es um diese Mange hier. Wie man sieht, da hinten ist auch noch was, aber wir gehen jetzt erstmal hier. So, das ist Heimliche Blicke von Kaze. Einer der wenigen Manga, die ich von Kaze habe. Ja, wie ich euch die bin, ne? So, Heimliche Blicke. Ich glaube, ich habe, glaube ich, mehr als genug geschwärmt über den Manga. Seit ich ihn das erste Mal online lesen durfte, ja, habe ich mich in diesen Manga verliebt und ich finde ihn richtig klasse. Er ist sehr speziell, weil es geht um Boyerismus bis hin zu ganz, ja, dramatischen Momenten auch. Also, ich sage nur, glaube ich, Band 5 war es. Band 5, wo mich halber zerbrochen hat. Ähm, aber es hat, muss man echt nur sagen, ein richtig cooles Cover immer. Die sind, die sind sehr schön. Ich mache mal Vergleich auch, ähm, die Runde auch immer. Darf ich das zeigen? Ach ja, bestimmt so. Vielleicht von weitem so. Ja, da sieht man es. Äh, so, ähm, die Manga, die Bände sind auch immer, nicht immer ganz so, ja, unschuldig, äh, designed. Aber die Cover und so, das, ich lasse es hier unten, äh, sieht auf jeden Fall cool aus. Und, ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Reihe, die auch im Schrank einfach sehr schön aussieht, weil die Farben einfach toll sind. Das sind richtig schöne, schön ausgewählte Farben. Da muss man Kaze auch mal echt loben. Ähm, meine, äh, Leute denken ja, weil ich immer Kaze so, weil ich immer Spaß mache, äh, über Kaze, dass ich, äh, Kaze scheiße finde. Das ist nicht der Fall. Ich hab, ich mach nur einfach, äh, über Kaze mich so ein bisschen, sag mal, lustig, weil sie ja noch Neuankömmlinge sind. Das ist ja quasi so, so wie man quasi den, äh, den Praktikanten so ein bisschen neckt. So ungefähr ist es bei mir. Also da ist no hard feelings, ne? Nicht, dass jetzt da einer denkt, ich hasse. Ich hasse eigentlich keinen Verlag. Ich bin vielleicht von dem einen oder anderen Verlag enttäuscht, aber hassen, hasse ist so ein böses und hartes Wort. Hass würde ich es nicht nennen. Oh, mein Arm. Oh, ich muss mal kurz aufstehen. Sonst kriege ich nämlich zehn, zehn lange Arme. So, weiter geht's mit Genshiken, aber das ist Genshiken, die Second Season. Jeder, der im Internet dieses, diese Cover hier sieht, denkt immer, das ist Second Season. Ja, das steht auch hier unten nochmal so schön. Der denkt jeder an eine DVD und ich, so war es bei mir anfangs auch und dachte, äh, kann ich mir das jetzt kaufen? Ich will ja nicht die DVD. Ich will ja eigentlich den Manga. Ich hab doch auf Manga gelegt. Warum kriege ich hier die Second Season? What the, ja, es ist natürlich tatsächlich der Manga, der heißt Second Season, weil es auch quasi das Sequel zu Genshiken ist. Und, ähm, mit anderen Charakteren teilweise. Und, ähm, muss sagen, ich hab die noch nicht gelesen, weil ich bin noch dabei, Genshiken als solches, also Genshiken an sich, noch fertig zu lesen, mal wieder ein Reread zu machen. Ich, äh, werde danach auch eine Review zu machen. Die kommt, definitiv versprochen. Viele, viele, äh, wollen das, ja, und, äh, ich hab's bis heute nicht gemacht, nicht hingekriegt, aber, ja, ich hab's halt auch noch nicht so wirklich durchgelesen. Deswegen, ich möchte es erstmal intensiv durchlesen, bevor ich dann wirklich dann was zu sagen kann. Und dann werde ich wahrscheinlich auch die schon so ein bisschen anfangen, um da auch noch ein bisschen die Meinung dazu zu sagen. Okay, dann haben wir, äh, mein Arm. Dann haben wir, achso, bitte sowas, ähm, man erkennt's schon daran, dass hier die Rückseite ist, dass man's, dass es westliche Leserichtung ist. Ja, so ist es eben bei den älteren Schinken. Das hier ist You Are Under Arrest. Viele werden's nicht mehr kennen, aber wenn ich sage, oh my goddess, klingelt's bei den meisten doch hoffentlich wohl noch. Und ist der gleiche Mangaka und nämlich zwar Kusuke Fuji Shima. Und der Mangaka ist richtig genial, weil man merkt ihm halt so richtig an, vor allem bei Oh My Goddess, wie er anfängt, richtig gut zu werden. Und mit richtig gut meine ich richtig gut. Der hat ja am Anfang richtig hässlich, mega hässlich gezeichnet und dann später hat er traumhaft schöne Figuren und Hintergründe. Und das ist der Wahnsinn, was der Mann zeichnen kann mittlerweile. Ähm, das ist echt ein Traum auf Papier. So, äh, tue ich seine Zeichnung immer gerne, ähm, erklären. Und ja, You Are Under Arrest handelt von zwei Polizistinnen, die eben, ähm, auf Gangsterjagd gehen. Ja, so kann man's mal so ohne großartig irgendwas, weil es ist viel Comedy und, ähm, ja, sehr geil auf jeden Fall. Ich hab auch mal hier ein bisschen reingeguckt, bin aber noch nicht so wirklich dazu gekommen, das intensiver zu machen. Mach ich auch noch. Hier hat übrigens hier so ein schönes, zwar relativ unbedeutendes, weil ich weiß nicht, ich find, wenn die Stärke nicht so toll ist, guck mal, das erkennt man hier auf der Kamera kaum. Ja, und wenn da nicht jetzt gerade Licht drauf ist, erkennt man's noch weniger. Also dieses Rückenbild, ist zwar schön, dass es ein Rückenbild hat, ich mag das. Das erinnert mich immer so an die alten, ähm, lustigen Taschenbücher. Die hatten doch auch immer so Rückenbilder, ich meine, das war so, zumindestens ab einer gewissen Zeit, ähm, aber, ja, das ist halt irgendwie nix. Schlecht ist es nicht, aber es ist auch nicht gut. So, dann kommen wir zu einem weiteren Kase-Manga, worauf ich mich freue, weil der Manga-Kar erzeichnet ja weiter an Iris Zero, so heißt der Manga, ist ein Mystery, ähm, ja, Slice of Life irgendwie. So, Mystery und Slice of Life, der ist zwar, er geht um Mobbing und so weiter, Außenseiter-Kram, aber auch viel um so Detektiv-mäßig, so ein bisschen so Mystery-mäßig, ähm, hinter die Wahrheit zu kommen und so. Ähm, aber, ja, es ist im Moment halt, äh, auf Pause bei Band 5 und ich hoffe, dass Kase nicht abbrechen wird. Das wäre mega ärgerlich, weil Iris Zero ist dafür, dass man, wenn man sich so die Bände anguckt, eigentlich nicht so viel erwartet, außer, dass es vielleicht hübsch gezeichnet ist. Erstaunlich gut. Erstaunlich gut und erstaunlich unterhaltsam. Also, ähm, auch die Charaktere sind interessant, die sehen, ähm, sind interessanter, als sie quasi aussehen. Also, der Charakt, die Charaktere an sich haben mehr Charakter, als ihr Aussehen es vielleicht zugeben mag. Also, sehr geil, macht richtig Spaß. Äh, Iris Zero, ich hoffe, es geht weiter, das wäre so mega gut. So, ich werde mich jetzt erstmal kurz verabschieden. Ihr seht mich dann gleich wieder und dann ist hier die vordere Reihe weg, damit wir uns um die hintere Reihe kümmern können. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Zurück, back in Action und es geht direkt weiter. Ähm, mit, äh, sind, äh, ich habe Angst, mit, äh, Record of Lord of Sworn. Wieder alter Manga, wirklich alter Manga. Ähm, wer Herr der Ringe zum Beispiel, wer Herr der Ringe Fan ist und so Fantasy nicht abgeneigt ist, mit Elfen und Berserkern und Kriegern und Drachen und, äh, Dunkelelfen gibt es auch, genau, ähm, so Sachen. Und Magierinnen, Zauberer und so weiter, ähm, Könige, ihr wisst, was ich meine, ne? Ähm, wer sowas, sowas geil findet, der sollte sich auf jeden Fall mal Record of Lord of Sworn geben. Ähm, jeder der... Muss ich nachher mal kurz gucken, das fühlt sich irgendwie komisch an. Ich glaube, ich muss die mal ein bisschen, äh, trocknen. Die haben hier gerade ein bisschen zu viel Feuchtigkeit aufgenommen. Das kann passieren, gerade bei den älteren Manga. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist nur bei älteren Manga vor allem. Ja, dass es so eine leichte Feuchtigkeit hat. Okay, muss mal vorsichtig sein, dass es nicht schimmelt. Hören wir mal kurz. Nein, kein Schimmel. Okay, komisch, komisch, komisch. Vielleicht liegt es auch an der Wand so ein bisschen. Ja, die Wand ist auch leicht feucht. Hui, 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 muss ich mal gucken. Muss ich vielleicht mal wieder extrem die, äh, äh, Ultra-Lüfter hier hinstellen und da mal durchblasen. Ähm, Record of Lord of Sworn hat, äh, mehrere, ja, ähm, wie könnte man das nennen? Sagen, Seasons, äh, Einteilungen, ja, äh, quasi wie Herr der Ringe auch, ähm, in verschiedenen Geschichten unterteilt ist, zum Beispiel in den Filmen quasi, ja, da gibt's ja, äh, die Gefährten, bla, 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 und so weiter, hat halt, äh, Record of Lord of Sworn ist ebenfalls. Und zwar, äh, äh, beginnt es mit die graue Hexe. Geht halt um eine Hexe, ne, logisch. Ah, warte, 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 so. Geht um die, mit die graue Hexe. Das sind drei Bände. Dann, ähm, Chroniken von Flame. Flame ist das Königreich. War, glaub ich, so, ne? Ähm, in vier Bänden. Das ist quasi ein Sequel. Also, das sind, äh, andere, das ist ein anderer Held dann, ähm, als Pan. Pan und, äh, Dietlitz sind hier, äh, kommen hier nur, ähm, als Cameo, sag ich mal, vor. Oder als, ja, so nebenbei halt. Und, ähm, was warst du denn nochmal? Es wundert mich auch grad, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das so ein, das ist aber noch Chroniken von Flame, ja? Es wundert mich grad, dass sie das so weggemacht haben. Hm. Komisch. Ah, man muss es nicht verstehen. Ähm, hat, ne, nicht vier Bände, sondern hat sechs Bände, genau. In sechs Bänden abgeschlossen, sorry. Also, Chroniken von Flame in sechs, die graue Hexe in drei. Und das sollte man auch so in der Reihenfolge lesen, weil sonst wird's wööö. Äh, und dann, ähm, hat der Mangaka gesagt, er wollte schon immer mal einen Jojo zeichnen. Das ist eigentlich voll witzig. Und hat einen, äh, Jojo-Manga gezeichnet. Und zwar, Dietlitz. Band eins und zwei. Und es spielt in, nach der, nach der Eik mit, äh, Chroniken von Flame. Äh, Dietlitz ist ja eine Elfe. Die kann ja ein bisschen, ähm, spielt aber glaub ich in der Vergangenheit. Aber es wird irgendwie dann nachgelesen. Fragt mich nicht. Ich weiß es nicht mehr so ganz eindeutig, bevor ich da jetzt was sag. Auf jeden Fall sehr cool und vor allem auch mal interessant zu sehen. Jemanden, der sonst eigentlich eher so, äh, Joonen, Seinen mäßig, äh, irgendwelche Kriege und Kämpfe und, ähm, sonst was. So Fantasy mäßig. Ähm, was, äh, Zeichnet dann auf einmal einen Sprung macht und versucht, einen Jojo-Style hinzukriegen. Sehr nice. Sehr nice. Hat mir sehr gut gefallen. War, war interessant und war, ähm, auch gut. Also Dietlitz war nicht schlecht. War nicht schlecht. Und wer Dietlitz mag, vor allem, den Charakter, der kann da sowieso nichts falsch machen. Ähm, so, dann. Oh, lass mal kurz Arm ausruhen. Ich muss echt mal danach eine Pause machen. Ähm, dann haben wir, äh, ich verkrampfe mich vor allem immer. Ich hab ein ganz großes Problem, weil ich verkrampfe mich bei allem, was ich tue. Sobald ich länger irgendwas in der Hand halte oder so, verkrampft sich mein kompletter Arm. Das ist mega ungut. Oder wenn ich immer dieselbe, äh, Bewegung mach mit der Hand. Ja, immer dieselbe. Ja, nein. Irgendwie immer so, oder. Ich mach's, das ist alles, was ich mach, ist grad falsch. Ah, äh, Nights of Sidonia, meine lieben, ähm, Freunde. Äh, von, äh, Tsutomo Nihei. Ich hab ja schon mal, glaub ich, erwähnt, dass ich, äh, ein großer Tsutomo Nihei-Fan bin. Weil der macht einfach, ähm, ich, äh, ich, äh, nenn ihn gerne. Er ist so ein bisschen der Miura des Science-Fiction-Horrors. Ja, also er macht so, so, wirklich, er macht Gemälde. Er macht teilweise nicht nur Standard-Comic-Strips und so, sondern teilweise echt fucking Gemälde. Und er hat einen sehr, sehr eigenen Zeichenstil. Und, ähm, wer jetzt denkt, okay, was ist denn das, worum dreht sich's da? Ja, ähm, wenn ich jetzt sag Mekka, dann rennt wieder die Hälfte weg. Ich weiß das. Ich weiß das. Aber, ähm, ich glaub, ich kann mal nur so viel sagen, wenn man sich so ein bisschen anguckt. Es ist nicht so ohne. Es ist vor allem, ähm, ziemlich strange auch. Ähm, aber es ist nicht, äh, so ein typischer Mekka, äh, Manga, den ihr jetzt so kennt. Zum Beispiel Gundam oder Neon Genesis oder so. Ach, Genesis. Entschuldigung, jetzt fang ich damit auch schon an. Äh, Neon Genesis Evangelion. Äh, sondern es ist... Ja, Science-Fiction-Endzeit-Horror-mäßig so ein bisschen. Also es ist schon an manchen Stellen creepy. Ich würde Knights of Cedonia nicht als Horror einstufen, aber es hat seine, seine, okay, weird-feel Momente. Und allgemein, äh, Nihei ist halt dafür bekannt, diese Horror-Szenarien zu machen. Das Geile bei Nihei ist, man hat immer das Gefühl, oder es ist auch, wurde auch, glaub ich, von ihm bestätigt, alle seine Werke, Blame, ähm, Abara, ähm, Noyce, äh, Knights of Cedonia und Biomega und, äh, Blame, Gakuen and so on, spielen alle in der gleichen Welt. Und vielleicht in unterschiedlichen Zeiten, also in unterschiedlichen, ähm, Zeiten, aber im gleichen Universum. Spielt im, meistens, teilweise sogar auf den gleichen Planeten und so, ähm, immer wieder eine, die eine, ähm, Firma, die immer wieder mal erwähnt wird, wird, glaub ich, in sämtlichen Manga erwähnt von ihm. Also es ist schon sehr, sehr spannend an sich, äh, auch mal da so ein bisschen Parallelen zu suchen und zu finden. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ist einer meiner absoluten Lieblingswerke von ihm, auch wenn ich bisher finde, dass mir Biomega einen Ticken besser gefällt. Aber nun wirklich nur, ey, das ist, das ist, äh, nicht der Rede wert. Das ist, das ist keine Ahnung. Das ist wie, wenn man seine zwei Kinder vergleicht und sagt, ähm, das eine, ähm, es geht mir heute nicht so auf den Sack, deswegen ist es grad cooler. Ja, äh, dann ist es, morgen geht's dir wieder auf den Sack und das andere Kid ist cooler. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, man kann's nicht so genau, es ist so, äh, wenn ich's an einem anderen Tag lesen würde, wäre vielleicht, äh, doch, ähm, Knights of Cedonia besser ein Ticken. Aber nur ein Ticken als, äh, Biomega. Aber ich, so recht kann ich mich nicht entscheiden. Auf jeden Fall minimal ist da der Unterschied. Also, es ist beides geil auf jeden Fall. So viel kann man sagen. So, und was eigentlich auch geil ist, was eigentlich total mein Ding ist, nämlich so Mindgames, Liargame. Es geht darum, viel zu lügen und den anderen zu bescheißen. In einem Spiel, wo die Leute quasi um ihre Existenz kommen können. Also, sie können eine riesige Menge an Schulden, legal, in Anführungsstrichen, also wirklich legal scheinbar, innerhalb dieses, ähm, Dings, ähm, können die legal Schulden machen, indem sie so ein Spiel spielen. Und, ähm, ja, und, ähm, da kommt halt eine rein, die ist mega, mega naiv und bekommt Unterstützung von einem, der so ein bisschen den L-Charakter hat aus Death Note. Und, ähm, der hilft ihr dann. Und der ist dafür bekannt, dass er irgendwie eine ganz riesige, große Firma in Bankrott alleine getrieben hat. Also, der hat schon was drauf und, äh, war auch im Gefängnis und hilft ihr jetzt, dieser armen, naiven, ähm, jungen Frau, weil die eben halt in diese Schulden gekommen ist und hat, weiß nicht, was sie jetzt tun soll. Sehr geil, sehr, sehr viel mit Nachdenken, sehr viel, ja, Lösungsansätze, Crime, ja. Es ist so Detektiv-widermäßig, so Mystery auf jeden Fall. Und es macht Spaß, es macht dieses Hin und Her und so. Es ist ähnlich wie bei Death Note, kann man wirklich sagen. Und, ähm, auch ähnlich spannend. Gut. In diesem Sinne, mein Abend fehlt ab. Das heißt, bis dahin und bye-bye und tschüss.